Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit die Sims 3. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Family. Und ich habe eben ein Geschenk erhalten von Lopsy. Nämlich diese Fotos. Aber ich habe keinen Platz. Aber danke schön dafür. Ich weiß noch nicht mal, wie man hier diese Geschenke verschicken kann. Weil dann hätte ich dir was zurückgeschickt. Aber danke. Ich hatte noch nie Freunde in Sims 3. Wir benutzen das, wenn wir irgendwann Platz haben. Oder so dafür. Was nicht gerade ist. Weil wir haben hier noch einige Dinge, die dagegen sprechen. Immer diese Kinder, die hier schreien. Geh bitte, Janett. Im letzten Part haben wir Adrian bekommen. Oh mein Gott, sie ist echt krass müde, ne? Poor Girl. Danach geh bitte einfach wieder schlafen. Sag mal, wieso liegst du hier? Wer braucht schon Kinderbettchen, oder? Aber es ist Gruseltag. Ich bin gespannt, ob es diesmal funktioniert. Weil ich weiß, dass es Probleme machen kann. Ich würde es mir für unsere süße Ava wünschen, dass es funktioniert. Die sind jetzt zwar noch nicht ganz ausgeschlafen, aber Dinge passieren. Oh mein Gott, ich glaube, das Bett ist schon wieder verglichert. Das ist schon so oft passiert mit meinen Betten. Ich weiß nicht, was da immer falsch läuft. So, wir haben es mal resettet. Maybe it works now. Yes, gibt es ja nicht. So, die kleine Maus hat auf jeden Fall Hunger. Sie würde auch gerne zum Herbstfest gehen. Das würde ich auch auf jeden Fall machen. Am liebsten ja mit der ganzen Family. Und abends kann sie dann ja, wenn es funktioniert, süßes oder saures gehen. Das macht keinen Sinn, so, oder? Aber genau so um die Häuser ziehen halt. Oh, sie kann sich als Tiger verkleiden. I love it. Okay, show me the tiger. Ist süß. Also, ich würde gerne mit allen gehen. Aber ich glaube, ich lasse Leni mal zu Hause. Weil Hunde können halt da nicht so viel machen. Let's go. Ich meine, für Adrian gibt es auch nicht so viel zu tun. Aber dabei sein ist alles. Warum fahrt ihr nicht mit eurem eigenen Auto? Frage für mich. Oh, hier sind sogar andere Hundis. Och man. Grußkartenfoto finde ich ganz toll. Das Baby kann sogar auch mit drauf. Süß. Oh, sie fährt Adrian sogar spazieren. I love it. Er hat auch Spaß dran. Warum lag das Spiel so? Ich habe schon wieder Angst. Sie möchte an einem Kuchenbett essen teilnehmen. Finde ich sehr cool. Sie hat eh Hunger, was sehr, sehr gut ist. Sie möchte auch teilnehmen. Vielleicht machen wir das mit der Party dann weg. Sie möchte nach Äpfeln beißen. Dann lasse ich die zwei auf jeden Fall teilnehmen. Und dann können wir random Leute einladen. So, und für dich suche ich jetzt das mit diesen nach Äpfeln beißen. Also, ich hoffe, dass das hier platziert wurde. Aha, da ist es. Das Kind muss halt dann hier chillen. Also, Dinge passieren. Ja, ja, Mama kommt irgendwann zurück. Sei froh, dass es nicht Winter ist und du unterm Schnee vergraben bist. Das könnte schlimmer sein. Aber jemand macht auch eine Kostümparty. Um 13 Uhr? Ach, nein, danke. Wir haben hier heute zu tun. Ich wünsche euch allen ganz viel Spaß. Also, ihr seid schon am Stizzle. Freut mich. Ah, hier möchte auch endlich mal jemand mit teilnehmen. Wow. Da hat ja jemand gewonnen. Wow. Und sie ist einfach Zweite geworden. Ihr seid so cool. Ah, und ihr macht auch schon. Es freut mich sehr, dass ich hier Spaß habe. Sophia hat sich beim Wettessen als echter Kuchenprofi erwiesen. Sie hat eine Wochenration Kuchen und das Recht zu prahlen gewonnen. So, dann wird sich natürlich um das Baby gekümmert. Dürfen wir natürlich nicht vergessen. Um Süßes oder Saures bitten. Das möchte ich auf jeden Fall versuchen. Urlaubsgeld? Weit und frei kann niemand so gut Äpfel beißen wie Ava Wagner. Sie hat den Apfelbeiß-Wettbewerb gewonnen. Das freut mich sehr für sie. Sag mal, ich finde hier kein Klo. Jetzt habt ihr kein Klo haben. Die beiden stinken so krass, ne? Ich speichere erst mal, weil das Spiel so extrem laggt. Und dann lasse ich die beiden, glaube ich, nach Hause gehen. Mit Ava versuche ich dann schon mal Süßes oder Saures zu gehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon direkt funktioniert. Aber ich wünsche es mir für sie. Die Fahrgemeinschaft kommt auch gleich. Upsi. Ach so, ne. Sie muss heute ja gar nicht arbeiten. Ich bin so dumm. Dann muss sie ihn hochheben und dann nach Hause gehen. So, wir haben hier trotzdem kein Klo. Oder ich bin blind. Oder beides. Um Süßes oder Saures bitten. Okay, mal gucken, ob es funktioniert. Aber wait. Sie ist nicht mehr in ihrem Kostüm. Zieh dir wieder den Tiger an. Ich fand den toll. Und jetzt um Süßes oder Saures bitten. Wo hat sie das Fahrrad her? Kurz geklaut, oder was? Does it work? I think it works. Das ist ja toll. Seltene Angelegenheit. Keine Antwort. Oh. Das war's? Hm, schade. She tried. Ich meine, ich kann es hier nochmal versuchen. Oh mein Gott, sie ist so müde, dass sie sich jetzt schon schlafen gelegt hat. Oh, hier kommen Leute vorbei. Süß. Kann man denen nicht jetzt irgendwie was Süßes geben oder so? Ah, Süßes oder Saures geben. Ach so, das machen die automatisch. Süß. Oh, und sie findet die ganze Zeit niemanden. Das ist doch schade. Immerhin funktioniert das, dass andere einen besuchen. Äh, warum ist es hier überall dreckig? Sie versucht es aber diesmal noch ein bisschen weiter. Oh, hier versuchen die das auch. Und Leni kommt gleich mit. Na super. Ah, das tut mir richtig leid, gell. Telefon. Können wir bitte rangehen? Wir haben die auf der Party vermisst. Ich hab doch gesagt, dass ich nicht komme. Oh, sie kommt jetzt auch nach Hause. Die arme Maus. Hä, dann wird das für heute nix. Ich lass die jetzt mal aufstehen, damit sie nicht die ganze Nacht wach ist. Und dann kann sie ja vielleicht noch einen Moment lang... Oh, stimmt, wir haben noch eine Story. Wir schreiben natürlich eine positive Story über Noelle. Ist doch klar. Aber hey, sie hatte zumindest auf dem Herbstfest eine gute Zeit. Ich mein, kann nicht jeder von sich behaupten, so einen Wettbewerb zu gewinnen? Kind kommt ins Kinderbett. Dann wird geschlafen. Nein, ich hab das Essen vergessen. Och Mann. Das ist sehr schade, aber wir müssen es leider wegschmeißen. So, geh wieder schlafen. Es ist halb vier, wir sind wach. Dann schreiben wir natürlich die Story weiter, weil sie steht jetzt auch jeden Moment auf. Dann kann sie nämlich auch einfach schon mal duschen gehen. Aber fünf Stunden arbeiten ist echt ganz entspannt, oder? Sieh, sonst spielt jetzt mit ihrem Spezi. Ich komm ja nicht drüber hinweg. Okay, es hat schon wieder niemanden interessiert. Außer Noelle. Sieh, die beiden freunden sich auch gerade ein bisschen an. Sie möchte Bonehilde haben. Ich weiß ja nicht. Sophia hat Geburtstag? Oh mein Gott. Die sind jetzt nicht so lecker geworden, ne? Äh, wir können ja eine Party nachher veranstalten. Night and Day. Wollen wir da hin? Äh, ja. Es können ruhig auch andere Leute da sein. Ist mir egal. Machen wir mal 17 Uhr. Videospielernparty? Oh mein Gott. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Aber natürlich eine Geburtstagsparty. Ist mir egal, wie ihr kommt. Aber die Kollegen laden wir auf jeden Fall ein. Und Wallace Flores. Clarissa Springs. Ich hab jetzt mal ein paar Leute eingeladen. Let's go. Yay. Wir haben unsere Belohnung bekommen. Geschäftspartner werden. Ähm, nee, irgendwie nicht. Aber wir haben ja Rechnung hoch. Ah, hier kann man einem Freund ein Geschenk schicken. Dann können wir das ja machen. Hätte ich mir auch irgendwie denken können, dass es über den Briefkasten geht, oder? Danke. Ja. Das Geschenk wurde verschickt. Supi. 600 zufrieden auf Lebenszeitpunkte. Hör mal. Legendäre Gastgeberin wäre auf jeden Fall cool. Und Unternehmergeist fände ich, glaube ich, nice. Süß. Davon kriegt sie ja sogar Stimmung. I love it. Wie gesagt, ich hab das noch nie gemacht. Aber sie möchte halt eine gute Party veranstalten. Und das möchte ich ihr auch gönnen. Wenn sie heute schon Geburtstag hat. Ne schwangere Fee. Fee Robbins möchte plaudern. Oh, die Fahrgemeinschaft kommt? Wait. Wir nehmen natürlich Urlaub. Heute. Ah, nee. Ein Tag und zwei Stunden. Sie hat eh noch freiwillig in den Mutterschutz. Ach, alles gut. Ich find's halt immer so wild, dass das hier oben dann trotzdem steht, dass die Fahrgemeinschaft kommt. Das stresst mich. Könnt ihr zwei vielleicht mal ein Techtelmechtel machen? Weil sie wünscht sich das schon vor lange. Gönnt euch doch mal. Ausschimpfen? Wofür das denn? Was für Unfug. Ich brauch noch einen Kuchen. Den nehmen wir natürlich mit. Ich lass Adrian aber jetzt zu Hause, weil es ihm voll schlecht geht. Und ich möchte mich darum nicht kümmern beim Geburtstag. Let's go. Das wird hier, glaube ich, auch ganz wild. Aber hier ist der Kuchen. Ja, ich glaub wir. Lassen sie einfach mal die Kerzen ausblasen. Die süße Maus. Oh Gott. Aber hey, alle feiern hier mit. Das ist schon süß. We need the screenshot as always. Now you can age up. Yay. Ich hab ihn, der da hinten steht. Ich liebe es. Oh, Mausi. Yay, yay, yay. So. Ich bin schon gespannt. Ich meine, ihre Midlife Crisis wird, die wird ganz wild wahrscheinlich. Yay. Let's see, Fetzi. Dem Kind geht's immer noch scheiße. Der Babysitter hat richtig Bock. Wegen Schule schwänzen? Höh? When? Ähm, höh? Dieses Spiel macht mich fertig. Diese Party macht mich fertig. Hier sind so viele Leute. Hier gibt es auch so Blubberblasenmacher. Ich dachte, das wäre nur so ein Sims 4 Ding. Ich glaub, Elva sollte lieber nach Hause gehen. Sophia ein Geschenk machen. Wie süß. Wir können ihr so ein Buch schenken. Mal gucken, ob sie dieses Buch toll findet. Yay, süß. Was für ein hübsches, aufmerksames Geschenk. Vielen Dank. Das bedeutet mir sehr viel. Süß. Partys hier sind immer so chaotisch, ne? Aber die haben alle Spaß. Das freut mich sehr. Party in einem hübschen Ort. Süß. Ich glaub, die meisten Leute sind schon gegangen, oder? Wallace Flores. Lass mal auftauen. Das ist unser Freund. Das wäre sonst richtig asozial. Uuuuuh. Aber freut mich, dass er wieder aufgestanden ist. Oh, und sie muss auch mal nach Hause gehen. Dann geht's ihm so schlecht. Hallo. Geil, geh einfach schlafen. Sie kann nicht schlafen. Essen Müsli. Ja, kümmere dich halt um das Kind, was? Der Party war der Hammer. Yay. Was hat sie da überhaupt an? Ja, aber ich glaub, danach geht sie auch nach Hause. Hä? Sie hat doch ne tolle Party gemacht. Ich find's fies. Warum hat das mit dem Töchel-Mächel auch nicht gezählt? Immer funktioniert ja alles mit den Wünschen nicht. Das Gute ist, sie kann sich auch einfach direkt schlafen legen. Sie hat sich endlich mit ihrem Kind angefreundet. Mensch. Und sie schläft jetzt hier, oder was? Ne, sie schaukelt nur. Hä? Warum steigt denn das Energiebedürfnis? Egal. Sie muss heute wieder arbeiten. Wenn sie jetzt eh schon wach ist, dann kann sie ja auch nochmal ein bisschen existieren. Adrian hat Geburtstag? Oh Gott. Süß. Wie süß ist dieses Foto? Meine Traste hat so funktioniert teilweise schon wieder nicht mehr. Ich würd gern Happy Family schreiben, aber ich kann nur Happy Family schreiben. Happy Family. Schreib ich jetzt dahin. Egal. Aber ich find das Bild richtig süß. So, während unsere süße kleine Maus jetzt hier gerade am Essen ist, ich glaub, ich würd hier den Part beenden, damit ich dann die Geburtstagsfeier... Es wird keine Feier werden, das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber damit ich den Geburtstag dann im nächsten Part feiern kann. Ich werd's halt safe auch vergessen, deswegen... Ah, we will see. Aber das wird schon alles. Mir hat der Part extrem viel Spaß gemacht, tatsächlich. Weil heute hat es ja echt ganz gut funktioniert. Und wenn's funktioniert, hab ich auch Spaß. Aber wenn er spielt ständig abstürzt, ist es einfach nur abartig nervig. Ich hoffe, dass es euch auch Spaß gemacht hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und... Tschüss! 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 Vielen Dank.